Servus! Ich bin hier mobil mit dem Helikopter unterwegs und dem Nuttenjäger. Gemeinsam werden wir diese Leute die hier unten so rum oxidieren mit dem Motorbike werden wir zerstören, terminieren und die Typen da unten haben nichts anderes außer eine Smart und eine RPG. Boah, die müssen sie halt tot machen. Und wer dann keine Tickets mehr hat irgendwann, der hat halt verloren. Genau, also wir gehen jetzt in Richtung anderer Seite, dass wir ein bisschen so sind, wie wir halt sind. Also in Deckung. Und versuchen halt in so ein Haus reinzufliegen, mal gucken ob wir das hinkriegen. Und würde ich sagen, geht es jetzt los. RBG Small vs Helikopter, was übrigens eine Idee war von einem Abonnenten, um diese ganze Dinger da ein bisschen zu erweitern. Was wir letztes Mal gemacht haben mit Panzern und so. Genau, dann würde ich sagen, geht es los, oder Jäger? Ja, geht. Meinst du? Wir können jetzt einmal zwischendurch tauschen, falls es dann irgendwelche Dinger gibt. Hoffentlich habt ihr schon Angst. Ja, sowieso. Sind die. Da oben. Vor uns. Ja. Nein! 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 Oh du bist tot, warte. Scheiße. Wenn du das Ding behältst, dann kannst du mich abholen. Komm dann. Jaja, ich... Ich fahr mal zurück zum Spawn, ja. Okay. Schön, Mage, gibt es hier. Dex, dann robbing, robbing, down. Wir haben noch Munisation mit rein, dann hast du mehr Munis. Was? Guck mal! Ja, flieg mal rechts, flieg mal rechts hoch. Hinten ist einer übelst weggeflogen. Habt ihr den gesehen, Leute? Krass. Der ist übelst, übelst tot gegangen. Ja, und mit den Bäumen ist es auch bekannt. Jäger hat mit Tortofleisch nicht reinfliegen sollte. Pablo! Ich komme! Ja! Eigentlich mag ich ja Bäume. Bam. Ich auch. Weil diese, diese Dinge, die aus Bäumen entstehen. Die sogenannten Nudelhölzer. Okay, warte mal kurz. Mach mal rauf doch. Uh, das war ne schöne Lenkraketen. Und das wars. Ah, jetzt. Was hast du in der Equipment dabei jetzt? Also, momentan habe ich dabei die Lenkraketen für den Piloten. Heißt, dass meine Raketen ein bisschen präziser sind. Den Löscher und meine Wärmesucher, die mir gar nichts bringen auf der Map. Okay, das ist natürlich auch nett. Ich habe dieses ganz normale Stauner. I'm gay. Am Jesus. Und... Christ. Jo. Kamera. Neu. Oh, die nehmen irgendwas ein. Das ist voll illegal. Das ist illegal. Äh, vor uns ist ein Baum. Der tut uns nichts. Der will nur spielen. Ja. Und nicht ganz so... Fahr, fahr, fahr. Ne ganz so niedrig. Ähm... Okay, wir wurden leider gedeist. Ähm... Kann man jetzt nichts dafür? Und würde ich sagen, Jäger, ich flieg jetzt mal, oder? Ja. Was meinst du? Gut. Probieren wir mal. Probieren wir mal. So. Steigen sie ein? Alles klar. Los geht's. So. Was haben wir denn hier? Oh, ich habe auch Hietziger dabei. Da vorne. Ja, oder? Oh Gott. Hast du TV? Geil. Oh je. Dreh hoch! Dreh hoch! Ja, ist noch dabei. Komm, komm, komm. Ja. Überlebt's. Nein, nein! Nein! Jawohl. Hahaha. Kacke. So, jetzt geht's den Schluss. Bam, 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 bam. Ähm, 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 Pablo Spawner an US-Einsatz. Jo, bin da. Jo. Ähm. Nichts ist hier. Einfach reinschießen, einfach reinschießen. Warte vorne. Das war ne RPG. Hey Pablo, komm, dann fahren wir zu B. Ja, warte kurz, Mutti. Äh. Einfach schießen. Äh. Razor, tut mir leid. Oh fuck. Das war ne Freddy. Jetzt trifft's, warte. Ah, nein. Warte hin. Jawohl. Gehirn. Wous, wo sind die A davon? Ey, wie ver momentos noch da unten bei C? Jojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 00, djjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjKjjjj , . Bitte? Hm, ziemlich. Oh! Stürmt du Hund! Oh oh! Nein! Baum! Noch ein Baum! Eine RBG! Ich fühl mich wie in, wie in Arabien irgendwie, wo die da alle mit dem... Stürmt alle! Also von der RBG direkt wurde man ja nie erwischt, oder? Eigentlich, eigentlich wurde man ja eher geschützt von auch jemand. Ja, wir wurden bisher nur von den Nudelholzproduzenten erwischt. Echt das? Ja ja, vom Baum. Okay. Und noch ein Angriff! Nein! Na Tocke! Killer Schlumpf, tot! Boah! Der Baba Schlumpf und Tyler, tot! Ich hab... Faaaaa! Nein, nein, nein! Bam, 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 bam! Das ist Ghostel! Dort auf Ghostel! Unter uns jetzt! Der fährt Richtung D! Genau unter uns, genau dort, genau dort! Hast'n? Jawohl ja! Ghostel Downs! Hat er noch nichts aufgetrieben! Ghostel, das alte Feuchtgebiet! Was? Ich hab' keine Muni mehr! Oh! Unser Amo Pack ist... Ich glaube, wir tanken jetzt erstmal auf und lassen den mal ein bisschen spawnen! Ach ne! Auftanken! Das ist auch ne Taktik! Ja! So! Tanken! Mal sehen, ob unser Moped wieder da ist! Oh oh! Ich hab' Angst, die kommen! Hilfe! Ähm... Dann fliegt mit dem Helikopter... Oh! Oh! Die ist genau im Cockpit vorbei geflogen! Ah ne, der fliegt mit dem Helikopter hin, ist das kein Ding! Jo! Ich hab' bloß die... Ich hab' bloß die befürchtet, dass wir hier vor... 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 Wo sehen sie denn? Wo sehen sie denn? Ach ja! Gucke da! Tschöke Munika! Ey, was? Keine Ahnung! Ne! Schieß doch mit einem, geh auf uns! Unter uns, unter uns! Oh Gott! Schieß doch! Mal! Guck mal da! Raus! Raus! Ich wollte ihn eigentlich... ...Mode killen! Guck! Guck! Boah! Boah ey, ihr jagt mich gerade, ne? Scheiße! Kaum! Schöne Explosion, schöne Explosion, kann man nicht sagen! Schöne Explosion! So, was haben wir hier bei Dave? Bei Dave ist ein Haufen, ähm... Ja, Dinger und frei! Mopeds! Guck mal da jetzt! Also guck mal, Emma müsste uns mindestens noch erwischen, sonst wär's ja langweilig! Ich will hier oben direkt den Kill sehen von jemand! Ja, dann, dann habt ihr gewonnen! Anders, anders ist es nicht möglich! Wenn wir hier gegen Nudelholzproduzenten aka Baums fahren, dann ist es, äh... Ja, Baums! Jetzt heißt die Bäume, sondern Baums! Was denn hier noch machen jetzt? Oh! Hier auf jeden Fall keine! Brauchst du gar nicht erst versuchen! Oh! Boah! Du musst nur einfach hier ranfliegen an die Dings, wir müssen die 9 Sekunden Zeit haben! Könnt ihr eigentlich schon unseren Spawn rein schnübbeln? Ja, aber... Da unten ist eins! Jawohl! Ghostsoul down! Ist jemand zu Fuß? Och, nett! Das war mal... Das war mal jemand zu Fuß! Ghostsoul hast du Bock, einen Muni-Mann zu nehmen? Ja, nämlich! Wo sparen wir? Der kommt mal rein hier, wir fahren zu B! Weiß ich nicht! Also... Wir lassen euch nochmal einen kleinen, kleinen hier... Erholungszeitpunkt, wir wollen nochmal ein bisschen ernten hier! Für die Nudelholzer! Ich weiß einfach so ne Muni-Käste aufs Bike drauf! Ja, genau! Oh, fuck! Was war das? War das ein RPG? Er ist abgebrannt! Nein, das war kein RPG! Okay! Bin ja beruhigt! Wir müssen nämlich noch ein bisschen Holz ernten hier! Wir müssen nämlich eigentlich eine Nudelholzfabrik aufmachen! Und... Dafür brauch ich wie gesagt Holz! Meins! Hallo? Wir dürfen so oft sterben, wie wir wollen, oder wie? Richtig! Ja, ey, das war 3 oder 19 Mal sterben! Warte, 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 warte! Oh! Boah! Boah, ey! Oh, fuck! Das hätte fast geklappt! Wenn du was siehst, du ruhig markieren! Mit nem Gunner hast du da keine Scheiße! Oh, guck mal! Hier das Moped, wie das fliegt! Das Moped, wie das fliegt! Wie das fliegt! Boing! 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 So, wen haben wir hier? Oh, das war relativ knapp! Ah! So, jetzt waren wir hier aber auch, Richtung Baumfliegegang! Ja! Hui! Ah! Ja, da würde ich nicht einmal! Bam! Oh, oh! Oh, shit! Nein, 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 nein! Geh weg! Ich muss unbedingt weg! Oh! Boah! Krass! Hui! Das war grad knapp! Steve am Arsch! Und, äh, ja! Countdown! Haben wir uns gerade einmal aus der Affair gezogen? So, wo sind sie hier? Da! Oh, die APG war... recht knapp, würde ich sagen! 2D direkt! Ach! Ach! Du grüniger! Ach! Kommt der Verfolger jetzt! Ach! Du scheiße! Warte mal kurz! Warte mal! Ich kann auch! Hast du? Ja! Da ist einer! Oh, das sind zu viele! Das sind zu viele! Wups! Da sind zu viele! Nachladen! Ja! Geht das auch nachladen? Cool! Ach, wie schön, dass... ihr keine Chance habt gegen uns! Wir sind so in der Übermacht! Oh, das ist... Nein! Oh, das ist Kran! Das ist Baum! Das ist alles Hilfe! Boah! Boah, ey! Das... Das Sternnudelholz! Oh, das war knapp! Oh, da ist zu viele! Oooh! Schau rein! TV TV TV! grad verschossen! Ich kommer es dich weg! Ui, das ist besser knapp! Jetzt sind sie schön versammelt! Oh, das gefällt mir! Schön rein! Ja, ja, schön rein! Ich bin direkt in die Runde! Fahr einfach weiter! Mh... 10? 有 vasfj! Ja... Ihr habt meinen Schüssel runter geholt vom Bike! Jawohl! Das ist unser Plan. Das ist frei, das ist frei. Ah fuck. Mit nem Schützen ist das zu hart. Ne ne, das ist ja alles legit. Aber seht ihr das Leute? In der letzten Folge habt ihr ja gesehen am Ende, haben sich alle daneben benommen. Und hier sind einfach mal wieder die Top-Besetzungen dabei. Die können sich einfach benehmen. Da müssen sich einige Leute mal ein Vorbild dran nehmen. Eine Scheibe von abschneiden. Eine Scheibe von abschneiden. Oh, das war knapp. Oh, Nuttenjäger. Also können wir jetzt auch den Mörser benutzen? Na klar könnt ihr den Mörser nie benutzen. Ich hole mir mal den Wiper und fliege mal wieder in eure Base. Bam. Oh. Wer hat denn da die APG geschossen? Leider des Wahnsinns. Aber übrigens dürft ihr auch benutzen die Armbrust mit Bolzen, ja. Und die M320. Mal gucken, ob ich was triff. Nein. Nein. Einfach nur nein. Ja da. Äh. Wenn der trifft. Nein, nein. Eiskalt daneben, Mann. Nicht so schnell. Ach, sei ruhig. Wo ist die? Au. Mann. Was machst du da? Die wär knapp. Da sind keine. Doch, da ist eins. Da ist eins. So, wir werden jetzt noch ein bisschen die Gegend her erkunden. Was hier so schönes gibt. Und wissen sie nämlich nicht mehr, wo wir sind. Aha. Viech. Und dann irgendwann kommen wir von ganz hinten, ja. Und dann wissen sie nämlich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, wissen sie nicht. Was ganz besonderes ist, das ist... Nee. Lol. Dann, Alter. Hast du's geschafft? Hier, fahr du mal bitte. Brauchst du, wir haben hier keine Munique. Steht einfach dumm rum. Wie cool ist denn das? Ne, ne, die ist abgefallen. Dann drehen sie ab, wa? Ja. Schieß. Ja, wenn die Zeit rum ist, dann mach mal alles oder nichts. Jungs. Wie die Zeit rum ist? Ah? Ja. Die haben ja Flacken eingenommen, deshalb geht die Zeit langsam zu Ende. Achso. Jetzt haben wir so 10 Tickets vorher, dann komm ich mit nem Sniper. Ja. Genau. Am besten machen wir das so. Ja, dann komm ich mit nem Mörder. Das dir. Und ich komm. Mit nem... Paum. So. Oh, oh. So kommt der mit einem Game. Auf dem Tank. Nein. Oh Mann, oh. Was ist das hier los? Was? LOL. Neeeein. Jawoll. Schönes Ding. Ich war noch die Ablenkung. Boah, das war echt fies. Wo ist denn der Weedy? Wie kann man den machen? Äh, Shift. Ja, also jetzt haben wir jetzt echt verloren. Letztes Mal waren wir uns unentschieden. Ähm. Na gut. Dann würd ich sagen. Haut rein. Und... Bis zum nächsten Mal. Euer Steve PD. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao. Klick.